So, wir sitzen wieder im Opel Corsa OPC und möchten euch jetzt ein kleines Sound-File von der Abgasanlage machen. Wir haben selber noch gar keine Idee wie es klingt. Im Innenraum klingt es richtig richtig gut. So, wir werden noch nicht mehr verabschiedet. So, wir werden jetzt nur die Abgasanlage machen. So, jetzt kommt es zu dieser Abgasanlage. So, wir werden jetzt die Abgasanlage haben. So, wir werden jetzt nicht die Abgasanlage machen. So, wir werden jetzt wieder zurück. Ich freue mich schon drauf auf das Video, auch wenn es nur ein kurzes Video ist, aber auch das kann schön sein. Ja, klingt richtig gut, macht richtig schön Alarm hinten. Wir brauchen noch eine Runde durch den Kreisverkehr. Nehmen wir noch mal ein bisschen Gas. So, das war's. Perfekt, das reicht. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Videoschauen. Vom Opel Corsa gibt es morgen mehr und zwar geht es morgen auf dem Leistungsprüfstand. Natürlich wird auch hier ein Video folgen. Bis dahin, eine gute Zeit und in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.